Tancho Kuchaku, Miyatora, 60 cm, Yonsai, weiblich, sehr sauberer Tancho, der ist jetzt auch schon ein Jahr da, hat einen schönen Hautglanz, ist auch sauber geblieben, also sieht man hier, schöner Kopf, langer gestreckter Körper, 75 bis 80 cm Endmaß, wer hier in Dressat, kann sich gern melden. Vielen Dank.